Hallo und herzlich willkommen zu NMN Neues der Modpack News ja es ist ein Modpack mit 133 Mods, weil die zwei stimmt glaube ich nicht, aber okay Oh Leute, McDammon, ja das war zufällig da als ich das Screenshot gemacht habe und so und das war ganz lustig auf jeden Fall 133, das stimmt jetzt nicht so ganz hab's schon vorher verbessert aber es ist ja 133 naja es sind viele, man sollte auch wenn man das Modpack hat einen guten PC haben darum wird es auch noch ein bisschen dauern, aber bald könnte es kommen oh ja bald was steht da bald steht da und das war's auch schon wieder mit NMN Neues der Modpack News bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal